Zurück! Aktiviere den Blitzpfeiler! Wir haben die Mechanik meines Hauses geschafft, wie eine Ratte, die ein Kampfer hat. Sie haben einen Blitzpfeiler gefunden. Die elektrische Entladung meiner Federwerke macht sie überflüssig. Aber den hier behalte ich als Erinnerung an Sokolovs alte Erfindung. Bei solchen Preisen sollte man uns nicht warten lassen. Es gibt nur einen Kirin Djindosh. Er kann verlangen, was er will. Außerdem kannst du dir problemlos ein paar dieser Federwerke leisten. Dein Vermögen hat sich immerhin verdoppelt, seit der Herzog die Silbermeme übernommen hat. Weniger Lohn bedeutet mehr Gewinn. Aber meine Zeit ist mir wichtiger. Ich warte nicht gern. Ich auch nicht. Wann habe ich das letzte Mal mehr als eine Stunde auf etwas gewartet? Ich weiß es nicht. Ist irgendwie auch aufregend. Wie viele Federwerke hast du gezählt? Sie sind nummeriert, glaube ich. So ist es aber. 36, 46, höchst exklusiv, wie viele es auch sind. Der Gartenclub wird sicher grün vorbereitet. Es geht endlich voran. Wenn Sie da sind, muss ich Sie warnen. Dort ist es nicht sicher. Das erklärt wohl die Verzögerung. Bei einem Einbruch kümmern sich die Federwerke hoffentlich darum. Ich will nicht mehr auf Djindosh warten. Was halten Sie vor in einem Abendessen und etwas Tratsch? Schon wieder? Nein. 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 Mechanische Soldaten. Bewegliche Wände. Die meisten sind froh, wenn sie Arbeit haben. Ich bin ja schon längst über alle Berge, aber ich brauche zwei dieser mechanischen Soldaten. Nehmen wir uns doch wieder einmal an. Ich bin ja schon längst über alle Berge, aber ich bin ja schon längst über alle Berge. Ich bin ja schon längst über alle Berge, aber ich bin ja schon längst über alle Berge. Ich bin ja schon längst über alle Berge, aber ich bin ja schon längst über alle Berge. Das klingt reizend. Ich bin ja schon längst über alle Berge. Ich bin ja schon längst über alle Berge, aber ich bin ja schon längst über alle Berge. Ich bin ja schon längst über alle Berge, aber ich bin ja schon längst über alle Berge. Ich bin ja schon längst über alle Berge. Mechanische Soldaten, bewegliche Wände. Also, wir sind ja schon angesagt. Na, los. Hăi! Puh! Hey! 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 Was ist das? Was willst du damit sagen, dass die bald auf Tee einschenken? Dann würden sie deinen Platz einlegen. Ich bin noch Zeit. Er kriegt doch das hin. Bald stehen wir auf der Straße. Wir haben eine Nacht überstehen. Und du auch nicht. Sie glauben, dass Sie mich töten werden. Doch statt Hessen werden Sie mir neue Erkenntnisse liefern. Sie glauben, dass Sie mich töten. Sie glauben, dass Sie mich töten. Sie glauben, dass Sie sich töten. Vorsicht, damit sollen die mechanischen Soldaten getestet werden. Ziemlich gefährlich. Ziemlich gefährlich. Ein widerwärtiges Monster sind sie. Ich will die Hirn sie ziehen und nachsehen, was es vergiftet hat. Ziemlich gefährlich. Wie schwer kann es sein, einen Haushalt zu führen? Wofür bezahle ich denn eine Dinascha, wenn sie rein gar nichts tut? Schön sie zu sehen. Hey! Die Mimosen blühen. Machen wir doch einen Ausflug. Grässlicher Einfall. Ich will ihr Geschwätz nicht hören. Sie heißen nicht umsonst runterschiebern. Tief unten. Wissen Sie, wie lange ich auf dieses Treffen gewartet habe? Wir warten auf Kirin Jindosh. Lassen Sie uns in Ruhe. Was Sie auch getan haben. Hören Sie auf. Wer sind Sie und was haben Sie getan? Gehen wir doch zur Magistratin. Vielleicht war es Sie rat. Was ist hier los? Was ist hier los? Ich bin Herr. Ich alleine. Ich bin stolz. Spannungsgeladene Was wird sie zu mir? Das interessiert mich, die lange Kette von Ereignissen von ihrer Zeugung in einer dreckigen Scheule irgendwo im Kaiserreich bis zu der Sekunde, als sie in mein Haus gekommen sind. Wie viele Menschen haben sie wehgetan? Und wie viele ihnen? Wie viele Fliegen haben sie die Wehgetan ausgerissen? Hm, ich glaub ich hab was gesehen. Oh ja, ich weiß nicht. Was wird sie richtig, dass sie zu einem Hinweis haben. Ja, ich weiß nicht. Wo ist das? Was hat sich mit diesem Hinweis? Ja? Da ist ein Mädchen. Wo ist das? Ja? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war sicher nichts. 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 Das war sicher nicht. Das war sicher nicht. Das war sicher nicht. Das war sicher little. Das war sicher nicht. Das war sicher么. Das war sicherlich. Das war traitor. Hinweis, Wiedergabe nach dem letzten Access-Test entfernt. Wenn das läuft, legt die Maschine die Magnetspule wieder auf. Ich hab echt rum in dem Hinterkopf. Immer noch bitte laufen, laden Sie die zweite Spule wieder auf. Die Maschine hat einen weiteren Befehl. Manche Oper sollen halber laut gewesen sein. Überall, wie gut so. Leerlau, justiere Linsenfokus. Die Maschine schickt ihr Maschinen. Sie sollen einstwissen. Das letzte Maschinen sehen. Es ist ein wundervolles Werk, die wir hören können. Alle Maschinen. Linsenfokus. 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 Wiedergabe für nichts und gut. Du bist fort. Worauf kommst du noch? Komm zurück. Weg bleiben. Tester. Die Maschine braucht Platz. Wiedergabe für Ordnung einer Leiche. Ich kriege den Schuss. Jede Besucher ist ein Test für den Mechanischen. Und jeder Test macht sie am Ende sechs. Wie schade. Und wieder hat es nicht gereicht.